Ja, willkommen zu einem neuen Level, der Gipfel, und da blitzt es auch schon, wuuu! Achso, ja, hi! Äh, lo! Ey, ich stehe hier schon wieder solche armen Brust für sieben Teile. Was, Brust? Was, Brust? Was, Möpse? Geil! Nein! Ich stehe hier schon wieder. Alter, Vater, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Guck mal auf dem Riesengrill hier, dazwischen kann man reinfallen. Ja, wo bist du? Was seid ihr denn? Ich weiß ja nicht, wie viele da sind. Ich hab jetzt eine genommen. Drei, drei, vier, fünf, sechs. Hä, wo kann man nicht mehr reinfallen? Oh! Genau da wahrscheinlich! Ah, da kann man reinfallen. Ja, so gibt es denn. Wie viele, wie viele, wie viele Diamanten? Schon wieder drei. Na, super. Oder sagen wir, ich nehme den in der Mitte. Ich glaube, ich nehme den hier. Ich nehme die Karte wieder in die Kisten, ich glaub's nicht. Wer? Äh, Nati kriegt noch zwei eigentlich. Ich hab noch gar keine. Ja. Hier ist noch irgendwo eine. Alle anderen hab ich. Ja, rechts oben. Ich hab jetzt zwei. Ich hatte drei. Ja, super. Ne, Moment mal. Ich hatte vier. Und bitte vielmals um Entschuldigung. Das geht über alle Kisten, Alter. Das ist die Strafe dafür. Jetzt bin ich fast verreckt, weil ich so unverschämt bin. Ja. Ich soll den Einzelnen hier nehmen, toll. Wo ist denn die behinderte Kiste? Ach, da oben. Alter, wie das blitzt. Cool, ich bin auf nem Turm. Quatsch. Okay, machen wir. Dann erstmal Ork-Power. Ich bin hinten auf nem Ort hin. Wo ist denn jetzt mein Krister? Meiner ist hier. Ja. Und wo kommen die denn bei mir? Ja, genau. Habt ihr irgendwo Drachen-Viecher gesehen? Von hier? Ich seh keine Drachen. Seht ihr welche? Nein. Das ist schon mal gut. Oh ja. Und von wo kommen die nach? Das ist ja auch bei mir von hier. Warte, von hier und von hier. Aber verdammt na bei Kristall, ne? Aber verdammt na bei Kristall, ne? Lol, der steht ja in dem Sockel drinne. Auch cool. Aha. Ich weiß nicht, wo ich hinstellen soll. Ich glaub, ich darf erstmal hier stehen. Nein, die kann ich noch nicht. Aber das ist immer verdammt na am Kristall, ne? Ja, wir müssen da ein bisschen vorsichtig sein, dass wir die, dass wir, wir dürfen die nicht zu nah dran lassen. Und sonst, ja, im Gang, würd ich sagen. So. Das ist die Rache dafür, dass sie das bei mir auch immer machen. Jetzt kriegt sie vielleicht vielleicht meinen auf den Deckel. So. Ich glaub, ich stell mich mal hier hin und baller dann die ab. Und hier kommt jetzt ein Endboss, oder wie? Ich hoffe. Moment. Wenn keiner kommt, spielen wir noch ne Runde. Glitten. Hast du so viel Platz hier gebraucht? Oh ja. Ich sagte doch, wir können noch 10 Level spielen ungefähr. Naja, jetzt nur noch 8 dann. Ich hab Zeit. Naja, ich eigentlich nicht, aber das macht nix. Die Zeit nehm ich mir. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Meine liebe Frau liegt ihr im Bett und schläft. Wie kann man nochmal das Interface ausmachen? Das hab ich mich vorhin auch gefragt und hätt's gerne mal gemacht. Ich hab's aus der See gefahren und ich hab keine Ahnung, wie ich zurückgehe. Das ist schlecht für dich. Oh ja. Lukas, der wüsste das jetzt. Komm, irgendwie sagst du was zu sagen. Irgendein Kristall wird angegriffen. Nein, die können hier auch hoch. Scheiße. Was? Was? Mist ey. Meiner, oder? Keine Ahnung, wahrscheinlich. Meiner. Durch Bogenschütz. Boah, ihr sind ja nur... Alter. Jetzt könnte ich mal Hilfe gebrauchen, ausnahmsweise. Wow. Jaaaa. Jaaaa. Ja, warte einfach noch. Bumme. Und zwar gleich, ich kann nicht angreifen. Scheiße, ich kann nicht angreifen. Warte. Ich kann damit auch an die Gruppen. Fuck. Easy, easy. Okay, das sind verdammt viele. Ja. Kann ich nachhaben. Warte. Ich bin fast tot. So ne Scheiße. Ich könnte nicht mal helfen, wenn ich wollte. Na, ich bin so schuldig. Oh, da geht's an einem anderen Kristall, glaube ich, noch schlechter als... Ne, das ist meiner, der so abgesch... Ach du Scheiße. Ich meine, aber der auch schon angegriffen. Scheiße. Ach du Scheiße. Scheiße, bin ich gleich... Fuck. Sag nicht, du bist tot. Doch. Meine Gasfalle hält jetzt grad noch auf, aber... Ja, dann siehst du, dass du wiederkommst. Ich muss zu meinem zurück. Jaaaa. Ich bin auch noch da. Wo muss ich denn hin? Wo ist meiner? Bin ich behindert? Ich brauche die Karte und dann gucken, wo ich bin. Ne, das ist doch meiner. Ja toll, ihr habt mir den Abgewracktesten gegeben. Ich muss den von so vielen Seiten verteidigen, hammerhart. Ja, du kannst aber auch die meisten Sachen machen. Wie konnte ich das nur übersehen, diese Treppe da? Toll. Mein Gesichtsausdruck hätte ich gerne mal selber gesehen, als ich das gerade mitgekriegt hab. Da hinten hockt noch ein Borg. Doch, was macht denn der? Muss sein. Okay. Ich würde sagen, der sieht tot aus. Alter! Das war die erste Welle. Guck mal, ihr könnt mal die Tuale machen. Kann ich jetzt auch bitte zwei Kisten haben, danke. Ne, jetzt darfst du nur eine haben. Ach so, okay. Ja, weil wir jetzt weniger Kisten haben. Oh. 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 Ist jeder eine? Ja. Boah, da bin ich jetzt irgendwie schon ganz schön froh, dass ich diesen Typ habe, der das repariert. Oh ja. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Aber wenn, wenn der das nicht repariert hätte, wäre meine Gasfälle weg und dann hätten die, das Teil so gebashed. Oh. 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 Aua. Soll ich einen noch up'n? Welcher braucht es doch einen, ähm, Ork, der geup' werden muss? Im Prinzip sind alle Orks hier. Ich habe nichts, was ich keine Mana zum Aufleveln. Das ist dann doch ein wenig zu heikel hier. Hat einer von euch noch zehn Mana übrig? Jo. Und kann ich nämlich noch einen Bogenschützen da hinstellen? Jo. Jo, danke. Wenn Nati mir jetzt noch 20 gibt, kann ich noch zwei hinstellen. Da, Agui. Also nett war mir ein paar mehr zu geben. Oh. Ja, was soll ich mit 20 anfangen? Das ist richtig. Jo, danke. Bitte? Äh, wo wollte ich denn den jetzt hinstellen? Ach, da hatte ich sogar... Okay, dann stellen wir hier noch einen hin. Da kann der auf eurer Seite nämlich noch helfen. Äh. Ja, wir müssen ja Teamwork. Die selbe Schose machen wir hier auch noch. Freutlich. Ähm, Moment, ganz kurz bevor ihr was drückt. Jo. Boah. Mehr kann ich jetzt gerade nicht tun. Mehr kann ich jetzt gerade nicht tun. Mir ist die Mana ein wenig ausgegangen. Mir hat sich im Hintergrund gerade was geöffnet und ich höre gerade nichts mehr. Die Mana, das Mana. Und passt. Das soll bestimmt Menschengrille hier sein, wetten. Hier kommt die Satinatische... Satinatische... Wie nett war das? Ist das da unten Oga? Ja, da unten kommt so ein Riesenfreak raus jetzt. Habt ihr das gehört, was ich gesagt habe? Ja, ja, genau. Aber die Welt ist recht cool, ey. So richtig düster galt mit Blitz und Regen und allem. Ja, und wie das Regen hier auch an den Mauern runter fließt. Und wie die Gasfeinde der Welt leuchten. War ich schon cool gemacht, ey. Oh ja. Und wie die Gasfeinde der Welt leuchten. Mhm. Okay, jetzt. Also, dann go. Oh, ich bin gespannt. Oh ja. Äh, ich auch. Direkt auf den Oga? Kommt der schon da raus, oder was? Nee, ja, gar nicht. Da kommt ja dann erst die Message. Ich will auch einen bauen. Ah, jetzt kommt die Sau. Da ist er noch. Boah, wie schnell die teilweise laufen können, die Freaks. Oh, da ist er auch so. Was? Was? Kistall? Wahrscheinlich meiner, ne? Das ist mir da irgendwie allerdings. Hier ist irgendein Kistall wird hier angegriffen. Ja, da ist er. Aber es kommt wieder her. Ja, hier an der Seite kamen die her. Oh. Oh, ich krieg grad zur Zeit so wenig Mane, dass ich mich immer mal rein kann. Ja, dann müsst ihr die, die ihr tötet, da reinlaufen. Mach ich doch auch immer. Ja, das mach ich ja schon. Oder dann, wenn die Gasfeinden grad aktiv sind. Beschwöre Oga. Aber nicht gespannt. Mhm. Ich auch. Boah, dauert das lange. Hammerhart, ey. Der wird in einem Pentagramm beschworen. Mir ist nie aufgefallen, ob das in einem anderen auch geht. Das wollen wir ausprobieren gleich. Zieht der mit sich aus. Zieht der mit sich aus. Oh, wie fett der ist, alter Vater. Oga immer noch nicht tot. Achso, haben wir nur noch den Oga abzuplätten oder was? Weiß ich nicht. Nee, jetzt ist bei mir schon oben wieder so ein Idiot. What the fuck? Wenn ich jetzt wieder umsonst dahinten... Oh, nee, der ist schon ein bisschen... Ja, das ist gelb. Das ist dein Monster-Oak. Alter. Warum hab ich so wenig Mana? Der ist doch riesig, oder? Guck dir das mal an. Nicht meine Mana hier klauen! Die hab ich extra da liegen lassen! Ja, dann kriegst du meine auch. Die klaut meine Mana hier. Du bist überhaupt meine Kiste. Mach mich, wo meine Mana überall ist. Äh, wenn du die ne Zeit lang nicht aufhebst, hab ich vorhin gesehen, verschwindet die. Ich war sehr irritiert. Ich wollte Mana sammeln und weg quasi. Meine Mana, aber ich kann die jetzt damit anfangen. Boah, mir kannst du ruhig geben. Ich setz dann bei euch erstmal ein paar so von den Bobs hin. Achso. Aber erstmal kommt hier so ein verzauberter Hoshi hin, ey. So ein Mage-Minion. Das muss der Org. Achtgeschoss. Fett, oder? Alter. Ich hab den erstmal aufgelevelt. Boah! Eine Auflevelung, 2300 Damage mehr. Wie viel Mana? 600 kostet der, wenn ich ihn kaufe. So, wo soll... Zwei Orgs kann ich hinsetzen. Wo soll ich denn die hinsetzen? Am besten auf jede Seite irgendwo einen, ne? Ja. Warte, dann mach ich die Falle hier weg. Oder meinst du hier oben hinstellen, soll ich den am besten? Ja. Genau da rein, dass sie sich ja nicht vorbeiquetschen, die Säcke. Dann mach ich das hier genauso. Dann könnte ich mal die Gasfalle hier auch nicht verkaufen, weil sonst bleiben die da ja stehen. Ja. So, jetzt könnte ich noch... Ich glaub, das machen wir auch mal. Fünf Bogenhannis da oben hängen. Auf der anderen Seite noch genauso. Wo hab ich den denn hingestellt? In die innere Ecke. So, ich denke mal, dann haben wir die Seite jetzt auch ein bisschen besser abgedeckt. Jetzt hab ich auch keine Mana mehr. Na, ich auch nicht. Ich hab noch fünf und fünf zu viel. Boah, da unten kommen zwei Ogre jetzt raus. Ach du Scheiße. Oh ne, und vier Drachen. Solange es nur vier sind. Vor und der zweite Welle, wir müssen danach noch zwei machen. Zwei, vier, sechs Drachen kommen insgesamt. Von der anderen Seite, rechts und links, kommen auch noch jeweils zwei. Weißt du, wenn man diese großen Schützenteile da benutzt, dass die Drachen sofort tot sind? Sag mal, das ist die Frage, wo die hinschießen, ne? Oh, hier stehen noch Kisten. Ich sag doch erstmal eine. Ich denke mal in die Richtung, in der sie stehen. Das war so, ne? Ja klar, in die Richtung schießen die, aber ob da auch dann die Drachen mal herkommen, endlich. Ah, okay, stimmt. Äh, ich fass mal drauf. Ich hab mal G gedrückt. Wir müssen auf jeden Fall auf die Drachen aufpassen. Je nachdem von wo die, obwohl da stehen eine Menge Bogenschützen, könnte knapp werden. Und wenn wir die sehen, können wir sie auch selber tun. Da kommt einer. Boah. Der ist jetzt schon erschienen. Oh, scheiße, der steht direkt vor ihm. Boah, der Oger haut einmal zu, der... Geil. Aber wie ist er überhaupt nicht erschienen? Und unten an dem großen Tor, überall. Ach, du Scheiße. Rache. Wo, 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 wo. Magier scheinen auch wieder gut dabei zu sein. Pass zurück, hab ich den Ork, ey. Irgendwo wird ein Kristall angegriffen. Bei mir, oder? Na, war ein Burschiss, glaub ich. Was war los? Ey, wo kommen die denn her? Bei der 7 von 9, ey. Boah. Na, kommen wir ja jetzt schon solche Riesen? Oh, oh. Okay, bei mir ist er down. Ich hab ne böse Idee für die Orks. Für die nächste Runde. Äh, was bräuchte ich. Insofern wir sie überleben. Bei mir liegt überall Mana rum, wie heißt es jetzt? Wenn ihr gleich könnt, sammelt die mal alle ein. Weil ich hätte gleich gerne die ganze Mana. Ich hab was ganz Böses vor für die Orks. Wo bist du denn? Na, hinten da, wo ich den Kristall verteidige. Na, das stimmt. Ich bin nämlich gleich Mana los. Da kann ich nicht aussammeln. Vielleicht hab ich ja Glück und es bleibt liegen, bis ich fertig bin. Na, ich hab's jetzt einfach auch aufgesammelt. Ach, bei mir liegt ja auch noch so viel. Ja, umso mehr, umso besser. Ich werde insgesamt schätzungsweise noch... Ja, ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall über 1000 Mana brauchen für meinen Plan. Boah. Lass mich raten, das ist groß und stark. Ja, aber mehr als eine. Da ist noch Viecher, oder wird... Da ist schon wieder so ein kleiner Ork, der da festhängt. Der liegt aber doch nirgends von Mana. Ich sehe nichts liegen, da sind noch ein paar. Ich hab noch 185. Ich glaub, wir haben das ganze Mana geplündert. Hey, Stufenaufsteg. Mhm. Komm, jetzt kannst du doch mal ne Kisten haben. Ihr könnt mal vor dem Ogre hier unten... Ah, vor dem Ogre ist kacke. Also da wollte ich noch ein bis zwei Ogre mehr hinsetzen und zwei Mage-Minions, die die Ogre heilen. Ja, genau. Na, ein Ogre müsste da noch hin und zwei Mage-Minions. Wo bist denn du? Ich bin hier unten. Leute, ich hab grad voll viel Mana auf der Siren, jetzt hab ich gar nix und ich hab aber nix gebaut oder so. Du musst überhaupt noch ne Kiste. Ach, da hinten. Mal hintrudeln. Jo, danke. Ah, hier ist noch was. Die Ogre mal um. Stopp. Warum bin ich jetzt bescheuert? Ich muss ja erstmal die Kisten holen, ich hab zu wenig. Aber ich denke, wenn da noch ein Ogre mehr steht und ich den anderen mit aufgelevelt hab, dann kommt da nix mehr durch. Ja. Wahrscheinlich reicht sogar ein Ogre, aber man weiß ja nie. Was kommt denn denn jetzt so schönes? Lol, hier oben sind doch immer Kisten gewesen. Wieso sind da jetzt keine, lol? Äh, links ist noch eine. Oh, weiter, weiter. Ja, das weiß ich. Ja, das weiß ich, aber es war denn mal auf beiden Seiten wirklich, das meine ich. Ich hab eine genommen. Ich hab auch eine, aber die hab ich dir gegeben. Hä? Hä? Wieder zwei Ogre. Ah, dann geh ich den einen Ogre da unten einfach nochmal aufleveln. Ach, das ist da unten ein Ogre? Ah! Guck mal direkt davor, kriegt der andere gleich einen auf die Pappe, wenn er da rauskommt. Hahaha. So, den Typ auch einmal aufleveln, das guck ich mir auf jeden Fall jetzt an, das wird bestimmt lustig. Oh, ja. Also ich bin fertig, von mir aus können wir. Oh, können wir so. Und nur ich drück dir. Hahaha. Komm, Ogre, wo bleibst? Oh, da kommen auch noch andere lang da unten, toll. Dann beschäftigen die gleich meinen Ogre und der macht nichts mehr. Wache ist tot. Wache. Was fickt mich denn hier an? Ich bin fast tot. Ah, irgendwie Bogenschützchen oder so. Oh, ey. What? Wo, 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 wo? Äh, mich hat eigentlich ein Starret angegriffen. What? Von wo denn? Drachen. Mach mal Drachen. Das macht ihr schon. Ich wollte eigentlich sehen, was mein Ogre da unten macht. Der klopft sich mit dem anderen Ogre. Der hat den anderen Ogre gleich tot. Tod ist er. war das. Ich bin ganz super. Sein Sammel. Das war nicht so. Aber, das war schon mal. Ich bin ganz super. Ich bin ganz super. Und das war schon mal so. ja aber dann das werden wir sehen ich habe ja gesagt wenn ich muss halt noch noch in das spiel ich hab zeit was der ober aufräumen der hammer hat aber den mage den muss ich auf jeden fall noch stärken und er haut einmal durch ich habe erst mal safe punkt gesetzt um zu beschwören sammelt man da oben überall mal wieder das ganze mana auf weil wir werden noch ich werde noch ein bisschen brauchen maler hat sie du musst auch mit hilfe ich hab ja ich bin noch so dabei echt ja auswelle geil Oh, der ist ein Riesendrachen Keine Ahnung Ich hoffe doch Du hast noch Mana Oh ja, ganz viel Jetzt ist nur die Frage Ähm Ich glaube, ich baue oben zwischen den Christen Guck mal, hier ist das eine Dreifach-Pfeil-Waffe Boah, und die hat eine Menge Zauber Weiß ich nicht Hier hat die schon jemand aufgesammelt Ich denke mal, so wie sie hier unten stehen Lass ich die hier stehen Ich setze lieber oben einen mit hin, oder? Ja, danke Für Mana kannst du eigentlich... Wow Oh Gott Sechs und noch was kann ich nehmen Die ganze Landschaft zittert, ne? Lol, wieso läuft denn hier jetzt... Oh, der Oger von der anderen Seite läuft hier hin Ja, der ist... Da kam mir was entgegen Ich hab mich schon von erschrocken Ja, den muss ich auf jeden Fall wegbeordern Da muss ich mal anders hinsetzen, ey 24 Drachen Wat? Ah, Kinderkram Von der Sache Also 24 von vorne und 16 jeweils an den Seiten Oh Gott Ah, das ist Kinderlöcke hier Oben sind übrigens noch zwei Drohnen Ja, ja, hol ich gleich Ich werde erstmal in der Mitte hier Weil ich weiß echt nicht, wo... Was da... Das kommt bestimmt hier raus Das blinkt zwischendurch mal rot hier in der Mitte Das Ding Welches, hä? Da hier, wo ich jetzt stehe Ach so, das, ja Haben wir schon gesagt Durch die Rhetorale hier War aber ziemlich doof, weil die Kristalle direkt daneben sind Mhm Vielleicht sollte man da doch noch so ein Viehchen stellen So, hast du noch Diamant... Ach, Diamant sei schon Mana, Natti Ich hab noch 353, das geb ich dir alles Immer her damit Wir müssen den Ork aufleveln Ja, ja Dann werde ich die Kisten holen und dir eine Bogenschütze hinstecken für die Drachen Mal eine Ablegen Deine Küste, der Rest ist auch noch da So, hier Ja, danke Dann ordern wir den hier erstmal auf Ich hab Schluck auf Oh Ich bin ja mal gespannt, was das hier für ein Gemetzel jetzt gibt Weil es kommt, kommen auch 762 Feinde Nach den 762 Feinden Kommt der Boss und nochmal Feinde Hier oben nicht eine Drachenwaffe mit ganz viel Zaubern drauf Ich jetzt auch noch wüsste, wo du bist dann Hier oben auf dem Turm war ich ganz hier hinten in der Ecke, wo auch die Kiste steht Ansonsten Oh, Level 60 So, ich hoffe ich kann hier auch noch ein Pfeil Hannes hinstellen Jawohl, kann ich Das heißt, eigentlich sind die jetzt ringsum ganz gut bewacht, nur von hier vorne aus nicht Oh nein Oh ja Ja, ich glaube ich werde jetzt mal hier oben stehen bleiben Und sobald ich einen Drachen sehe, kann ich den auch Ich tue das gleich nochmal auf der anderen Seite Von mir aus können wir loslegen Ich stelle mich auf den Oga Äh, auf den Hier oben auch Ich habe hier auch ein geiles Sichtfeld auf alles Nur weil du fliegen kannst Oh, das schafft man ja selber auch Nati muss nicht hier drauf stehen Wohin Wo bist du? Das Problem ist, die beiden Figuren sind schon voll Ah, geh weg du Puh Das da gibt bestimmt jetzt ein geiles Gemetzel Warte mal, ich will das wissen Ja, komm mal Oh nee Auf den großen Na, da kommst du so nicht drauf Da wird wahrscheinlich noch nicht mal ich drauf kommen Dann könnt ihr mal versuchen So, ja Oh Mann Oh Herr Das ist der erste Drache Ja, hier hinten Hinter dir auch Und hier auch Rechts von dir ist auch einer noch Boah, wie die beiden Oga da unten aufräumen Hammerhart Ich geh mir erstmal Mana sammeln Ich werde beschissen Irgendein Kristall wurde gerade angewixt Da war bestimmt nur ein Bogenschütze Ah, wahrscheinlich Ah, ich geh trotzdem vor Ich selber machen Oh, ich bin Mana hier schon wieder überall rumliegt Drachen Da waren viele Drachen An deiner Seite Ja, aber hier stehen auch Bogenschütze Ich glaube nicht, dass die durchkommen Ah, doch Wir kommen erstmal durch Ist doch Das ist Beide Oga sind tot Da unten, die Feindlichen Ha, ha Ich dachte gerade da hin Dann hätte ich mir aber jetzt Sorgen gemacht Ja, wo ist denn der Magier hinter unten Da unten Finde ich gut Ja, bei mir auch nicht Oh, Drachen Oh, schaffe Die beiden Oga, die Uah Die räumen echt geil da unten auf Oh ja Wart, alle drei Kristalle sind schon angewixt Ja, die Oga Die lasse ich auch gleich da unten stehen Wenn wir uns mit dem Boss beschäftigen müssen Da kommt ein Drachen Nee Das ist doch nicht als fies Mensch Aber da Oh ja Oh, da kommen halt schon viele Okay, gut, gut Da ist es auch Ach du Scheiße Ey, wenn der Kerl das da oben nicht bald lässt Mit seinem Spiel Starten, stoppen, starten, stoppen, starten, stoppen Bring ich ihn rum, ey Schon wieder Ja, ich glaube Ja, ich glaube Kommt eigentlich irgendwas von unten hoch? Nein Du Scheißmagier Wart, sag Geschieht hier rechts Ja, gleich kommt der Boss Die können aber die verteidigen, die von da unten kommen Und uns vom Hals halten Und ich denke mal, das ist schon wichtig genug Ach stimmt Wenn das der eine Ja, guck mal, da steht wieder der eine Idiot da hinten Drache Oh, da nicht Verlust Er ist immer derselbe Depp, ne? Ja, ich Gib ihm saures Lol Wie viele Diamanten hier auf einmal rumfliegen Alle Spieler von Das ist immer noch rumfliegen Ich glaube, ich bin der